Musik 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 Leuchtturm der Freiheit Anfang Januar 2020. Ich war in Berner Oberland. Ein kurzer Schreibaufenthalt in Brienz. Ich wollte einen Beitrag über Thomas Mann für eine arabische Zeitschrift schreiben. Ein kalter Vormittag, klarer Himmel und viele Vögel. Der eisige Wind zwang mich, meinen Spaziergang abzubrechen und in einem traditionellen Café am Brianzer See zu Flucht zu finden. Möwen lagerten auf den Segelbooten, die unter ihrer blauen Persing ihren Winterschlaf hielten. Sonnenlicht drang durch das große Finster ins Café, fiel auf meinen Tisch und ließ den Dampf meines Cafés klarer und seinen Duft intensiver werden. Durch das Finster sah ich eine Kette von Bergen um den See herum. Ich zog das Buch »Das Jahrhundert der Mannes« von Manfred Flöge, das ich im Zürcher Niederdorf gekauft hatte, aus meiner Tasche und begann, die Familiengeschichte der Mannes zu lesen. Ich erinnerte mich an das erste Buch von Thomas Mann, das ich als Student las, »Der Tod in Wenedig«. Es war eines von sieben Büchern von ihm, das ich Anfang Januar 1991 in einer arabischen und englischen Übersetzung in der Almutanebbi-Straße in Bagdad erworben hatte. Ein dunkler Winter herrschte über Bagdad. Der Geruch des Zweiten Golfkrieges fägte durch die Straßen, und die Angst breitete sich aus wie ein klebriger Sumpf, der die Dinge in sich hinein und dann unaufhellsam in die Tiefe zieht. Die Nacht des Angriffes vom 15. auf den 16. Januar 1991 erlebte ich in Bagdad. Einen Tag danach entschloss ich, mich wie hunderttausende Einwohner auch, die Stadt zu verlassen. Ich flog mit einem Rucksack voller Bücher. Das Bild der Stadt habe ich immer noch vor Augen, fremd und seltsam. Wie »Wenedig«, als die Pest wütete. Ich erreichte den Süden des Irakes, wo noch immer mein Elternhaus stand und wo nicht so viele Bomben abgeworfen wurden, wie in Bagdad. Es gab keinen Strom, kein Trinkwasser und fast keinen Kontakt zwischen den Städten und Dörfern. Nur wenige Läden und Bäckereien blieben offen, und auf einmal verschwanden alle Kerzen von Markt. Den Tag verbrachte ich damit, meiner Mutter zu helfen, Holzstücke und Brennbares zu sammeln, um das Haus zu wärmen, oder die einzige Mahlzeit vorzubereiten, die es jeden Tag gab, Bohnensuppe. Die Nacht verbrachte ich lesend, in kleinen Zimmern mit Funster und Blick auf den alten Olivenbaum im Garten. Ich machte eine kleine Laterne an, bestehend aus einem leeren Glas, gefüllt mit Öl und einem Stück Stoff. Das Glas hatte ich mit Teig abgedeckt. Das Licht dieser Laterne reichte für eine Fläche von nicht mehr als einem Quadratmeter. Ab und zu musste ich das Finster öffnen, um dem Russ eine Möglichkeit zu geben, in den Himmel empört zu steigen und nicht in die Träume der zwei Egel einzudrängen, die im Garten Winterschlaf hielten. Dieses Licht hat mir den Weg zu Manneswerken erhellt. Ich las alle sieben Bücher in Englisch und in Arabisch. Und sie waren für mich wie eine Stimme der Weisheit in einer Feier des Wahnsinns. Seine Sprache trug mich wie die riesige Welle ein kleines Boot, um es ans Ufer zu spülen und vor dem Gewitter des Krieges zu retten. Mir wurde rasch klar, dass sich diese Literatur von derjenigen, die ich an der Universität als Literaturwissenschaftler kennengelernt, studiert und analysiert hatte. Unterschied, ja, sich über sie erhob. Das Eintauchen in Thomas Mannes Sprache machte mir klar, weshalb seine Literatur einen so großen Einfluss auf die arabische Literatur hatte, vor allem bei großen Schriftstellern wie Najib Mahfud. In seinen Romanen zwischen den Palästen, Palast der Sehnsucht und Zuckergeschen. Nur mein Freund Najib verstand meine Faszination nicht. Bist du verrückt? Reicht dir der Tod nicht, der uns von allen Seiten umkreist, sodass du ihn auch noch in der Literatur suchst? fragte er, als er mich mit dem Buch der Tod in Venedigls sah. Das ist ein anderer Tod, mein Freund. Der Text präsentiert das Ende einer Epoche in einer magischen Sprache. Das ist die Geschichte des Momentes, in dem viel verwandelt und erschüttert wird, wie im Moment des Todes. Er ähnelt manchmal dem Augenblick der Geburt und des Neuanfangs. Und das ist genau das, was wir im Irak jetzt brauchen, erwiderte ich. Najib starrte an die Zimmerdecke und sagte, was hat eine Geburt in einer Kriegzeit zu suchen? Auch mit der Sprache kriegen wir diese nicht richtig zu fassen. Siehst du nicht, mein Freund, wie sich alles krümmt? Für mich ist im Moment der einzige Neuanfang, dieses Land so schnell wie möglich zu verlassen. Ein paar Wochen nach diesem Gespräch, als ich gerade mit der Lektüre von Dr. Faust angefangen hatte, floh Najib mit Hilfe der amerikanischen Armee in ein Lager in der Wüste zwischen Irak und Südarabien und von dort nach Kalifornien, wo er nun seit Jahrzehnten lebt. War das ein Zufall, dass er nach Kalifornien floh? Wo Thomas Mann zehn Jahre lebte und seinen Roman Dr. Faust schrieb? Fragte ich mich manchmal. Ich blieb im Irak bis 2001. Die Flucht in die Literatur half mir, das tödliche Gefühl der Angst vor der Diktatur zu überwinden. Ich las »Der Zauberberg« und einen der vier Romane. Diese beiden Bücher haben ihre Farben tief in mir hinterlassen. Manns Sprache hat meinen Horizont erweitert und meinen freier werdenden Blick auf die Welt geformt. Ich empfand diese beiden Romane als ein großes Gedicht. Diese Art von Literatur ermöglichte mir zu träumen und inspirierte mich zum Schreiben. Auch Dr. Faust faszinierte mich und brachte mich dazu, ein Theaterstück zu schreiben, das nach kurzer Zeit vom Geheimdienst der Universität verboten wurde und mich zur Flucht zwang. Im Jahr 2001 flog ich ein weiteres Mal aus Bagdad, dieses Mal aber ohne Thomas Manns Bücher und nicht in den Süden, sondern ins Exil, in dem ich seit fast 20 Jahren lebe. Wer bist du? Frage ich manchmal das Exil. Eine Antwort darauf zu finden, scheint mir oft fraglich, auch in der Literatur. Aber die Frage bleibt mir trotzdem wichtig, um meine eigene Position und Haltung zu verstehen. Im arabischen Geist bedeutet Exil die ewige Entwurzelung und ist mit einer harten Strafe verbunden, welche die Araber früher denjenigen, die gegen die Sitten der Gesellschaft verstießen, auferlegten. Die Iraker sagen, das Leben im Exil ähnelt dem Versuch, mit einer Hand zu klatschen. Es kann gelingen, aber der Klang wird nie so sein wie der mit zwei Händen. Ja, vielleicht stimmt das, sage ich mir manchmal, aber eine Hand allein vermag auch viel Gutes. Ich kann einen Baum pflanzen, einen Weg zeichnen oder einen Text zu Papier bringen. Im Exil zu schreiben, verleiht mir Freiheit. Thomas Manns Sprache behielt in der arabischen Kultur ihre einzigartige Farbe und genießt in der Literaturwissenschaft eine besondere Wertschätzung. Wie Thomas Mann lange Sätze bildet und durch die Sätze die Zeit strukturiert, faszinierte uns und wir versuchten während des Studiums immer wieder diese Sätze gründlich zu analysieren. Thomas Manns Sprache lehrte mich, ein schlanker Vogel zu sein, der seine Flügel ausbreitet und fortfliegt, um dem ewigen Augenblick des Schreibens nachzujagen und das Wort, das mich als Menschen spiegelt, zu suchen. In der Schweiz las ich Josef und seine Brüder. Dann das erste Mal in deutscher Sprache. Jetzt begegnete ich drin der Heimat und dem Exil aus einer anderen Perspektive. Es stellte sich als zweite Hälfte eines Gesichtes dar. Die linke Hälfte unterscheidet sich komplett von der rechten, obwohl beide zusammen ein Gesicht bilden. Dank dieses Romanes konnte ich das Exil und das Fremdsein besser begreifen. Dieses Buch ist für mich wie der Leuchtturm im Hafen für das Schiff in Not. Es beruhigt mich immer wieder, wenn die Wellen im Exil zu hoch werden. Thomas Mann zu lesen, hat mich vom Kreis der namenlosen Angst im Irak und im Exil befreit. Dank ihm lernte ich, dass meine Schriftstellerei mich und meine politische Haltung trägt. Und ich lernte, den großen Fragen zu folgen, die über die Zeit erhaben sind. Eine dieser Fragen ist die nach dem Exil. Heute verstehe ich gut, was er damit meinte, als er in seinem bekannten Brief »Warum ich nicht nach Deutschland zurückgehe« vom Herzatztma des Exils sprach. Oder als er schrieb, »Sind diese zwölf Jahre und ihre Ereignisse denn von der Tafel zu wischen?« Und kann man tun, als seien sie nicht gewesen? Bei der Lektüre dieses Briefes hatte ich das Gefühl, dass dieser Text das ganze Dilemma des Lebens im Exil beschreibt und die Frage aufnimmt, ob eine Rückkehr aus dem Exil möglich und machbar ist. Dieser Brief zeigt mir auch die unheilbaren Wunden und Nerven, die man aus einer Diktatur mitschleppt und die Schmerzen der Entfremdung, wenn man aus dem Exil zurückkehrt. Ich las daraus, dass es auf jeden Fall leichter ist, im Exil zu bleiben, als in die Heimat zurückzukehren und erneut eine Entfremdung zu erleben. Mein Leben im Exil nehme ich als Schaukel wahr, die mich zwischen Entwürzelung und Verwürzelung hin und her schwenkt. Es ist aber nicht das Klatschen mit nur einer Hand der Iraker, sondern das Gegenteil. Genau wie Thomas Mann habe ich viele Gründe, dem Exil und der Schweiz dankbar zu sein. Dass ich einen freien Raum für mein Schreiben fand, ist das größte Geschenk meines Lebens. Ich darf schreiben, ohne vom Gefühl einer ohnmächtig, machenden Angst kontrolliert, beobachtet oder zensiert zu werden. Dank des Exils lese ich Thomas Mann nun im Original. Ich genieße es und höre sein Echo, sein Echo auf mein Exil. Ich fixiere das Exil wie ein Nomade, einen Sandsturm. Ich nehme es scharf in den Blick, bin aber gleichzeitig vorsichtig, damit kein Sandkorn in mein Auge dringt. 29 Jahre lagen zwischen dem Gespräch mit Nessib über der Tod in Venedig in meinem Elternhaus und der Lektüre das Jahrhundert der Mannes, die in diesem Café im Berner Oberland ihren Anfang nahm. Ich fragte mich, wo meine irakische Büchersammlung von Thomas Mann jetzt sein möchte und wer vielleicht meine arabischen Notizen in Der Tod in Venedig las. Ich richtete meinen Blick auf den Berg gegenüber. Er sah anders aus als vor einer Stunde. Die Sonne hatte sich hinter ihn geschoben und eine große weiße Wolke, die sich in kleine Stücke zerteilt hatte, zog langsam an ihm vorbei wie eine Herde von Schaffen, die einen Berg in Bewegung setzt. Ich öffnete mein Notizheft, schrieb den ersten Satz meines Artikels zu Thomas Mann auf und ging. Bis zum nächsten Mal.